Und es geht gleich weiter mit den Symmetrien. Diesmal kommen die ungeraden Funktionen dran. Und wenn du das Video vorher angesehen hast, dann wird das jetzt keine so große Überraschung sein, dass ich jetzt schreibe x hoch 5 minus 2x hoch 3 plus x hoch 1, obwohl das hoch 1 ist, eigentlich ziemlich sinnlos. Ich sehe gerade, die schaut nicht so wahnsinnig schön aus. Gehen wir vor das x hoch 5, vielleicht noch ein 0,2. Wie schaut es denn jetzt aus? Ja, ist eigentlich schon ganz besser. Ich kann auch nicht mehr reden. Ist eigentlich schon besser. So, das ist auch nicht so schön, 1,5. Das Schöne an der neuen GeoGebra Version, sie zeichnet immer gleich mit, was man eingibt. So, okay, das gefällt mir, das nehmen wir. So, gut. Bisschen fetter. Und orange. Ja, das ist ja auch symmetrisch. Allerdings ist das jetzt keine Symmetrie bezüglich der y-Achse, sondern eine Punktsymmetrie. Das heißt, die Kurve geht auf jeden Fall durch den Nullpunkt. Hat also hier keine Zahl hinten stehen, die die Kurve rauf oder runter schieben würde. Also kein konstantes Glied, wie ich es immer nenne. Und wenn man sich die Kurve ansieht, punktsymmetrisch heißt, ich kann mein Zeichenblatt auf den Kopf stellen und die Kurve sieht genauso aus, wie sie vorher ausgesehen hat. Ich mache das mal geschwind. Ich stelle mal schnell meinen Laptop auf den Kopf. So, okay. Noch einmal zum Vergleich. Ich drehe wieder zurück. Ja, hat man doch gesehen. So, und jetzt komme ich zu der Definition, die wieder in den Mathebüchern und in den Formelsammlungen steht. Was heißt diese Definition jetzt? F von minus x ist gleich minus f von x. Sehen wir uns das einmal im Zusammenhang mit, sagen wir, minus 2 an. Schauen wir einmal f von minus 2, also f von minus x, im Vergleich zu f von plus 2. Naja, da siehst du, f von minus 2 ist ungefähr bei 3,7. Gut. Und f von plus 2 ist genauso groß, aber in die Minusrichtung. Das heißt, das ist jetzt minus 3,7, wenn das plus 3,7 war. Das heißt, f von minus x und f von plus x sind vom Betrag her genau gleich, haben aber unterschiedliches Vorzeichen. Deswegen muss ich bei einem f ein Minus hinschreiben. Es ist eigentlich wurscht, bei welchem f ich ein Minus hinschreibe. Also, f von minus x ist gleich minus f von plus x. Oder ich könnte genauso gut schreiben, minus f von minus x ist gleich plus f von plus x. Also, es muss nur vor einem von diesen zwei f's ein Minus stehen. Vor welchem ist egal. Und das x hat ja sowieso einmal Minus und einmal Plus, so wie vorher auch schon. Ja, minus x plus x. Und das f geht einmal nach oben und einmal nach unten. Oder umgekehrt. Je nachdem. Gut. Wieder gibt es eine Funktion, die auch ungerade ist, von der man es nicht erwarten würde. Ja, und du siehst es schon. Die Sinusfunktion. Ja, auch bei der Sinusfunktion kann ich das Zeichenblatt auf den Kopf stellen. Und trotzdem kommt wieder eine ganz normale Wald- und Wiesensinusfunktion raus. Zusätzlich ist die Sinusfunktion aber, wie man so schön sieht, hier periodisch. Aber zum Thema Periode bei Funktionen erzähle ich was im nächsten Video. Bis zum Thema Periode bei Funktionen.